Er ist jetzt in der Öffentlichkeit bekannt. Ehe er aus dem Gerichtssaal ausbrach, wusste kaum jemand etwas um ihn. Und niemand kümmerte sich um ihn. Nun kennt ihn jeder. Und eine Menge Leute kümmern sich um ihn. Das bedeutet, dass das Berufungsgericht sehr vorsichtig sein muss. Sie würden dort natürlich sowieso vorsichtig sein müssen, aber nun müssen Sie übervorsichtig sein. Und dann ist da noch die Haltung der Polizei. Die Umstände haben Sie gezwungen, alles noch einmal zu überdenken. Und ich glaube nicht, dass sie über die Angelegenheit jetzt noch so glücklich ist, wie sie es einmal war. Wissen Sie, wenn wir nur ein einziges neues Beweisstück auftreiben könnten... Gegen Mr. Beding? Nicht unbedingt. Wir müssen nicht beweisen, dass er es getan hat. Wir müssen nur zeigen, dass es ebenso wahrscheinlich ist, dass jemand anderes es getan hat. Dann wäre das Gericht gezwungen, im Zweifelsfall zugunsten von Gordon zu entscheiden. Wenn Mr. Beding etwas zu verbergen hat, dann kann nur dieser Taschendieb, Pockengesicht Barrett, darüber Bescheid wissen. Das ist doch meine Meinung, aber Barrett sitzt im Gefängnis. Und Harry ebenfalls. Wir können dann keinen von beiden herankommen. Also bleibt uns nichts anderes übrig, als da zu sitzen und zu warten. Wir werden nichts dergleichen tun. Zunächst müssen wir einmal mit McRae reden. Mit McRae? Zunächst müssen wir einmal mit McRae.